So, und kommen wir zur Einigungssicherheit des UGC, zu Dias, Indoor-Kraftvoll, K.A. Sport-Event, Deutsch-Halbe-Brußrichter der ASV Eichwald. Wir waren über 50, ich meine, der Spiele gesellten, faire Spiele. Und hier unten haben wir von diesem Turnier die vier besten Mannschaften schrieben. Schnell vom Platz des heutigen Turniers belegt die Mannschaft vom SSV, Jan Regensburg. Den dritten Platz des heutigen Turniers belegt die Mannschaft vom SSV, Jan Regensburg. Und bevor ich gut zu unserer zweiten Finalisten komme, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich den Kollegen und Unterstützern hier bei diesem Turnier, die sich im Hintergrund wirklich für die Laufführung sehr engagiert haben. Und hier ein recht herzlichen Dank. Eppfalz, ein Dank den Schiedsrichtern. Ohne Schiedsrichter geht es eigentlich auch hier recht herzlichen Dank. Den zweiten Platz des guten Turniers belegt die Mannschaft vom SSV, Jan Regensburg. Vielen Dank für's Zuschauen. Applaus 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 Tschüss. Tschüss. Asi, Asi, Asi! Asi, Asi! Asi, 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 Asi! Jesus, Asi, Asi! Wie hat die Kamera gehört? Nein, das gehört doch. Mann, ey. Das ist so schwach, er ist so schwach, er hat immer einen Fokal gemacht. Letztens ja. Jetzt hat jeder einen Fokal gemacht. Okay. Jetzt hat er einen Fokal gemacht. Okay. Okay. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.